... 15. Spielminute, die Gäste gehen in Führung, Torschütze, die Nummer 6, Tobias Böing. 15. Spielminute, die Böing. Ja, mit soviel A��. Das ist, wenn das keiner mehr ist. Das hat doch eine Rolle. Der Schinke kommt wieder mal genau so ein. Der Mussel ist da ordentlich weg! Der Limrig hat er nicht gewonnen. Der Limrig hat er nicht gewonnen. Der Limrig hat er nicht gewonnen. Das war für die feste Drei-Ruggestellte Ding. Hatte Duhmacher. Ich muss ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. 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 Die Foto mal der Roller Bin doch noch! Kommt doch, Helfer! Frantlauben, Frantlauben! 86. Spielminute, 3 zu 1 für unser 1. FCH, Torschütze Nr. 22, Maximilian, Sieche, Maximilian, Sieche, Heimingen 3, Dezisau, Sieche, Danke. Hühnen Sie, Hühnen Sie, Hühnen Siehe, Hühnen Siehe! Vielen Dank.